und damit herzlich willkommen zurück zu let's play together titan quest immortal rundon mit chantal fischi den doges und dem wurmigen albtraum oh ja was bist du denn du bist ja hässlich was ist ein jähren? einäugige ogre oder sowas also zyklopen eigentlich ne sind gar keine zyklopen ist mir auch gerade aufgefallen aber sie haben ungefähr das gleiche model wie die zyklopen absolut gar nicht ziemlich die sehen aus wie die andertaler ja okay nur hässlich der hat auch einen doppelschlag aus dem arschloch das ist mein skill hat dein ring etwa nicht gewirkt? ha? hat dein ring etwa nicht gewirkt? doch wieso? na weil er dann gar keinen doppelschlag hätte ausführen dürfen doch du hast ja passiver oh ein anführer erzähl bloß ich bin tot ach nein nicht komplett oder? doch ja ich habe mich im tod gerackt gerackt? ja gerackt nicht gerackt gerackt weil ragdoll und so ich krieg grad übrigens auf die schnauze witzend ein portal ich hab meins gemacht ich bin tot weil ich dir ein portal gemacht hab warum machst du es auch? weiß ich nicht weil ich jetzt ziemlich weit weg ist geht sogar ach ne geht gar nicht ich stehe neben dir ja dein portal wird glaub ich zerstört wenn äh ja dein portal wird zerstört wenn du stirbst du stirbst ja ich glaub das ist ich bin gut dran weiß ich gar nicht ja schade also die machen jetzt wieder ein bisschen zu viel schaden finde ich es ist ein meister gewesen ein bossgegner bist du irgendwie 20 mal so schnell wie ich? ja ausmögliche ich abkürzung und du rettst dich nach jedem zweiten hindernis fest so wie ich? ja genau es ist lang her dass ich gestorben bin das letzte mal oh 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 ich hab ihn wieder gefunden stun ihn mal jetzt hast du keine hp mehr äh keine dings mehr bohr geht der jetzt schnell drauf alter super so viel zu übermächtig ja wärst du nicht gestorben und hätte ich nicht ein portal gemacht dann hätten wir es auch geschafft ja gucken wir erstmal was hier unten noch ist wo da oben sieht es noch weiter aus ok hier sieht es auch noch weiter aus langsam nein da unten kannst du nicht weiter gehen sicher? äh in die richtung ist alles erkundet ja stimmt es hängt ja alles richtig im moment mal sind wir es sind ah ich weiß nicht wo wir sind hier wollte ich nur so leisfelder aufmachen ja genau wir müssten gleich wieder in chung an raus kommen ach so da durch die quest wird werden dann wahrscheinlich die Tore aufgemacht ne? ja kannst du haben ich gucke hier nochmal die reißfelder an ob ich hier noch ein bisschen mitnehmen kann da ein frühstück snacket immer das wusste ich zum beispiel nicht mehr das hab ich vergessen inzwischen gehabt oh ich ist juckt wir machen aber trotzdem noch ganz schön Schaden oh ne ich ist juckt ich hab ein Wurfmesser in die Wand geworfen wie ein echter Profi kannst mich gleich heilen wenn ich wieder da bin ja wo bist du? ich bin nur noch runtergelaufen wenn noch Gold war willst du mich über das leisfeld? nein nein ach so hier sind nur ein paar Gegner genau aber wir kommen wieder runter das ist schön du bist viel schneller als ich hör auf damit guck mal wie schnell du bist guck mal guck mal deine Schritte an er ist da er ist da ich war vor dir da ja guck mal was dann oh guck mal schreiner Dorn das geht erstmal auf die Schnauze denk dran ne Dornen machen deine Rüstung schneller kaputt nein machen sie nicht Minecraft keine Ahnung ich hab ich hab keine Ahnung von den Minecraft Verzauberungen machen sie sie mal wenn du Dornen hast geht deine Rüstung schneller kaputt aber die anderen kriegen auch Schaden wenn die mich schlagen oder? ja genau willst du mich gleich heilen wieder? ja so erst looten und dich selber heilen oh dann hab ich daneben geklickt ein bisschen abseits hier danke ach ja ein Stun wollte da haben kennt er haben oh mein Auge juckt warum? weiß nicht Aufnahme ja die haben wir doch schon mal platt gemacht hier ja was ist grad eigentlich unsere Quest? ich habe keinen Plan geh durchs Land verprügeln ja die dauerhafte Quell boah hinges Server grad alter ja kann sein oh 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 guck mal Feuerfeen ja voll geil ich geh erstmal direkt auf die Schnauze ich bin fast tot Hilfe 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 komm her komm her ich weiß nicht wo du bist du musst ihm helfen du musst ihm helfen er wird dann sterben ist auch noch ein Tor das konnten wir auch schon vorher aufmachen ja ja und durch diesen Weg hier bin ich einfach gelaufen als du dich gründelst warum ich vor dir war als wir äh vor zwei Parts hier durchgelaufen sind ok du bist einfach außen rum tut mir leid wir können das Tor nicht öffnen oh wir können das Tor also nicht öffnen ok und dann wollte er haben oh guck mal schreien der Tor meine Rüstung ist kaputt super der Typ hat mir gerade gesagt tut mir leid wir können das Tor nicht öffnen ja bei mir auch und dann habe ich mit den Typen gelegt dann konnten wir es plötzlich öffnen ich habe es einfach geöffnet ich habe auf das Tor geklickt dann ging es nicht und dann habe ich auf ihn geklickt und dann hast du hat das wahrscheinlich auch noch nicht gezählt dass du es machen kannst der Typ hat der Typ hat mir gesagt tut mir leid wir können das Tor nicht öffnen und während er das gesagt hat habe ich auf die Tür geklickt und dann war die Tür offen Mann das Kriegsherren was ist denn das oh geil alter 100 Rüstung das ist einfach die Tiger Rüstung aber in Rot anstatt in Grün in Rot ja also normalerweise ist sie jetzt so Gold mit also grün mit einer goldenen Versicherung achso ja und jetzt hat sie einfach ein bisschen mehr Rüstung und äh ist halt Rot mit Gold nachversicherung sorry aber du sagtest es ist Rot statt Grün und ich habe nur gesehen dass du ein grünes Item aufgehoben hast da habe ich jetzt gewundert habe ich jetzt eine Rot-Grün-Schwäche oder ist er irgendwie behindert sowohl als auch bald der Ahn dann kommt das nächste Portal dann weiß ich nicht wieder worum es äh wie es weiter geht es geht bald weiter ist ja eh nur noch das hier und dann die Höhle ja hast du Spinnen oh sie sind tot gefällt mir ich habe 38 Gesundheitstrinken das wird wahrscheinlich nicht weniger 30 du kriegst ja auch fast jeden Trank ja und ich muss sogar ziemlich viele meistens nehmen weil du mich nicht heilst ich habe dich in diesem Park glaube ich schon öfter geheilt als sonst jemals inskitz ja äh Walter Ahn ist ganz schön großes Gebiet oder? kannst du es schaffen in dem da haben die auch mal die gerade so rumgezittert? denke nicht dass wir das in diesem Part schaffen dann müssen wir wohl das alles nochmal machen ja und nächstes Mal bitte vor der Aufnahme wir müssen uns mal bis morgen merken Mist das ist länger als 5 Minuten dann her ja ich kann es mir glaube ich merken ich habe hier auf der Arbeit viel Zeit nachzudenken sag bitte einfach nur du hast auf der Arbeit viel Zeit das stimmt nur bedenkt das war meine Kaffer Q das ist richtiger Asi Dreckiger Looter wir müssen einfach 10 Minuten oh doch das könnten wir knapp schaffen sogar kommt dann nach dem Wald direkt das was ich denke? ich weiß es nicht ein Portal müsste vorher noch kommen ja das was ich meine guckt ja direkt nach dem Portal ja das kann sein müssen wir durch den dunklen Wald gehen? Ist der obere Teil heller? ja kein Plan der Anfang sieht auf jeden Fall heller aus aber das sieht alles so negativ aus und die Bäume sind schön ja ok man kann da unten nicht lang gehen was? gut programmiert danke der hat mich gestunnt der hat mich gestunnt oder? was? das hört nicht auf hier oder? man wird immer weiter oh ja massiv da oben ist auf jeden Fall schon mal der nächste Brunnen da oben ist auf jeden Fall schon mal der nächste Brunnen seh ich irgendwie richtig wenn ich aufrufe aber ich hab vor 3 Parts oder so hatte ich 0 aufrufe und dann hatte ich 3 und 2 wieder Jörg hat wieder angefangen zu schauen achso guck ganz schön auf er hat grad auch nochmal irgendwie das halbe Megamind Megamind äh Megamind Projekt durchgeguckt achso das mit diesen coolen anderen Leuten da? ja mit den Spastis du brauchst mehr Energie ich sehe ein Missgeburt zum Tast oh ich wollte es auch haben oh guck mal ist John also der Stun ist eigentlich das Beste was ich immer skillen konnte oder? ja was konntest du eigentlich sonst skillen? äh pfff IT Wissenschaft also nichts nützliches ich wollt grad sagen also nichts nützliches obwohl das eigentlich alles viel nützlicher ist als sonst was aber ok ohne IT können wir es nicht aufnehmen äh 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 was kann ich noch skillen? äh Doppelschlag habe ich dann noch ansturm das ist irgendwie sowas komisch ist und dann noch bist du gelevelt? und dann noch nein wieso? achso von leveln halt äh hier ist eine Hülle du hast grad gefragt was ich skillen konnte hier und bei Gaunerei habe ich eigentlich alles geskillt was es gibt mein Todesstack ist erst auf level 1 skillet super boah fuck fast gestorben alter ok hier oben scheint es nicht weiter zu gehen war irgendwie so bei 300 HP ja so bin ich in 3 Gegner noch reingelaufen eben gerade ich stand ja auch in den 3 Spinnen noch drin guck mal Rachner Wichser kommt also auf die Schnauze ich hasse Spinnen alter ja und ich bin froh dass Kray of 4 zu Ende ist ich boah da jetzt schon mal warum weil es noch 4 Wochen dauert wie lange habt ihr noch aufgenommen ich hab irgendwie nur so äh das war gestern ne ja ich hab so nur gesehen dass du dass du irgendwie so 5000 Stunden am Spiel warst ja wir haben gestern glaub ich 2 Stunden nur aufgenommen ich guck so einen Film der anderthalb Stunden geht glaub ich und dann äh nach dem Film hast du immer noch gespielt hab ich einen zweiten Film angefangen hab irgendwann mal zwischendrin Pause gemacht da hast du immer noch gespielt dann hast du CSS angehabt richtiger Stalker ja CSS haben wir auch angenommen oh Gott oh Gott oh Gott du brauchst mehr Energie kann mich grad nicht bewegen ich alter sind die irgendwie ein bisschen sehr stark ich bin grad viermal hintereinander fast gestorben äh ich glaub ich glaub ich kann mich auch nicht mehr ich glaub ich hab ich damals Hürde, oder? Ja. Oh, sieht nur Waffen aus. Lass es mal nach links gehen, würde ich sagen. Oder geht es dir auch noch weiter? Nee. Ih, hier sind riesige Spinnenweben. Ah, hier oben ist ein Aufschluss. Also, dass ich lieber mal hierher kommen. Ist gerade doof. Ja, bei mir auch. Ich habe so ein paar Gegner um mich rum. Ich auch. 10, 20. Ich schätze, es waren so 20. Erstmal so Skills benutzen, die ich sonst nie benutzen. Oh mein Gott, verpiss doch. Was macht der denn da? Der hat die Blatt nicht mehr Ulti gemacht, was jemand, die schon schon kennt. Hilfe. Habste besiegt. Verprüke mich hier voll. Ja, komm her. Ach, hier oben ist alles frei. Ich komme schon. Ich komme. Jetzt noch lange darf Schluss. Achso. Ich sehe schon, du hast hier alle Spinnen stehen lassen. Danke. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich bin einfach oben da vorbei. Ja, hier ist eine Essenz, die nenne ich mal mit und gibt hier einen. Übrigens, Spinnen sind ein bisschen sehr stark. Ja, immer noch? Zumindest gegen mich, ja. Ich bin gerade schon wieder fast gestorben. Ist da oben alles clear? Ja. Ja, warte, ich will nochmal einmal. Hier, geh wiederkommen. Ähm, ich gucke mal, wie lange wir noch haben. Wir haben jetzt noch so vier Minuten etwa. Höhle versuchen? Weiß nicht. Wir können uns auch kurz beenden und für den nächsten Part schon mal die Höhle aufnehmen. Aber ich habe keinen Bock, nachher nochmal das ganze Gebiet zu erkunden. Wir können doch erstmal zum Runden gehen. Ja, wir können jetzt auch aufhören und dann das so machen. Okay, also gehen wir jetzt erst in die Höhle. Warte mal. Ich stehe vor der Höhle. Oh Gott, machen wir ein Portal. Ich fahre auch schon für den Weg. Ja. Nein, ich meinte nicht, dass wir jetzt aufhören, sondern dass wir die Höhle noch kurz machen. Und wenn wir es nicht in der Folge schaffen, nehmen wir schon mal einen Teil der nächsten Folgen auf. Ach so, ich dachte, wir wollen jetzt einfach dann jetzt aufhören und dann... Nein, ich will mir doch keine Feinde machen. Das ist meine Erfahrung schreien. Das ist meine. Ich will mir doch keine Feinde machen mit Jörg. Jörg braucht doch seine wöchentlichen 20 Minuten. Eigentlich ist das eine wöchentliche Stunde. Ja, ich weiß. Ich musste gerade überlegen, was ich meine. Nein, weil es drei Parts sind, klar. Nee. Wobei ich erst bei zwei Parts war. Wieso? Weil ich zum Beispiel vom Meatball nur zwei Parts hochlade. Und das ist zum Glück auch jetzt bald zu Ende. Ja, wie lange hast du heute aufgenommen? Einen Part. Naja, besser gesagt zwei. In dem einen habe ich nichts geschafft, deshalb wird er nicht released. Ja, ich glaube, das war es mit der Höhle, oder? Ja. Ja, dann haben wir es auch noch geschafft. Also du willst einen Part nicht releasen, weil du nichts geschafft hast? Ja, weil ich in dem Part einfach nur ein Level die ganze Zeit gemacht habe. Das werde ich als Special irgendwann mal raushauen, aber nicht als Standard-Part. Oder du kattest halt einfach so eine Compilation zusammen. Oder ich hau es einfach als Special-Part raus. Dann kannst du doch als normalen Part raushauen. Nein. Den Part muss man nicht gucken. Den Part werde ich einfach so zwischendurch mit dem letzten Part dann auch raushauen. Also das ist im Endeffekt einfach nur ein ganz normaler Part, der aber anders heißt. 21.5, ja. Ein Part, der überhaupt nichts zur Sache tut, sozusagen. Das ist in einer Minute, wir haben nur anderthalb Minuten Zeit. Wir haben gerade in einer Minute gemacht hier, oder? Ja, okay, egal. Dann wird der Part noch ein bisschen kurzer. Oh, Malwarebytes, danke. Mein Spiel ist gerade abgestürzt. Warum? So, damit herzlich willkommen zurück, Kostner. Ja, Malwarebytes hat sich gerade auf meinem Bildschirm einfach breit gemacht. Und dann ist das Spiel kurz abgestürzt. Ja, und dann würde ich sagen, das reicht jetzt auch. Ich habe jetzt noch etwa eine Minute Zeit. Bis zum nächsten Mal, Leute. Hört rein und ciao. Tschüss.